So, da geht's jetzt runter. Nee, warte mal, bevor du irgendwas machst. Nee, ja gut, ich guck mal hier unten ganz kurz. Da geht's weiter. Oh, ich bin runtergesprungen, ey. Ach, da oben. Ja, da geht's rauf. So, immer auf die Rohre bleiben. Genau. So. Ich bin da. Ey, das ist aber ein ganz schön langer Weg, oder? Ja. So, ich geh mal... Also das eine Rohr muss alles hochspringen. Ja. Ich glaub das schon. Wo ist das Rudelkrumm? Da hinten. Scheiße. Scheiße. Da bin ich mir verirrt hier. Es ist ein weißes. Ich guck mal, was es gibt. Das kleine Ding, das sieht aus wie von Tube, dem Film. Ja. Würfel. Es ist ein besonderer Würfel. Würde ich mal nehmen. Ja, mach mal. Das Problem, wie komme ich jetzt hier runter? Runterspringen. Und wie viel verliere ich? Alter. Von oben, ey. Ja, ich muss mir den auch jetzt holen nochmal. Ich bin runtergefallen, ich Idiot. Andere Seite musst du. Welche? Wo ist die Richtung, wo wir diese eine Quest noch gemacht haben? Ich geb mal ab, schon mal. Ja. Na, mach mal. Deine Quest. Äh, deinen Würfel. Das ist ein weißer. Ein ganz besonderer. Okay. Ja. Ja, ich geb mir ja schnell mal eine Quest ab, ne? Ja, mach mal. Und dann fliege ich ins Sammelsgebäude und dann stelle ich mir mal das Raumschiff vor, endlich mal. Ab wann, ab welches, wie viel war das? 17, nee 18, glaube ich, oder? Das kriegst du mit 16 schon. 14 oder maximal 16. Okay. Wir sind schon da drüber. Daher ja auch egal. Aber gutes Vorteil bist du am neuen Planeten. Ja, eben. Und den nächsten Planeten macht man die nächste Folge. Richtig. Aufnahmefolge. Aber wann wir morgen anfangen, das wissen wir nicht. Und bis die Folge abläuft, sind viele Tage vorbei. Willst du nicht? Äh, mach mal. Warte, warte, warte. Warte kurz. Bis ich sage, ne? So. Ja. Ja, wenn ich schon hier hinten latsche. Ja, gut. Ich habe eure Rückkehr. Ja, ja, komm. Da braucht ein Würfel. So. Scheiße hier. Wieso kann ich nichts anklicken? Bei mir hängt's. Ja, bei mir auch. Ja, es lebt. Das ist blöd. Ich habe die Ventile geschlossen. Aber es ist eine Maschine. Sie lebt nicht. Thermoschub ist lebendiger als wir zu... Ja, komm. Eins, zwei. Scheißiger. Ich muss hier... Ah, jetzt. Jetzt Quest abholen, ganz brav. Auch neun Kittel. Das ist auch scheiße. Also 10.000 Punkte, ey. Schon gleich habe ich drei Strichen voll. Was machst du denn eigentlich hier? Dein Droide macht... Was macht dann dein Droide hier? Ja, ich bin auf dem Rohr. Ja, dein Droide steht neben mir. Dein Staubsauger. Echt? Ja. Gut, dass er bei dir steht. Dann stört er mich nicht beim Würfeln holen. So, zu dem muss ich jetzt auch nochmal. Ist der hier? Der Japs hier. So, und dann fliege ich zum Gesamtsgebäude hier in Nordhessen. Guten Tag. Und dann will ich nochmal einen rauchen. Eine Kippe habe ich jetzt noch bei... Schön ein paar Mal. Es gab ein paar Probleme. Ja, komm. Entschuldigung, meine Neue. Mit dem Messer, mit dem ich vorgenommen habe, ist alles in Ordnung. Ich lasse winnen. So, ja gut. Was kriege ich mir da was vom Raumschiff? Acht Stärke? Ne, acht Stärke ist besser. Das ist für Raumschiffsteile. Ne, auch für deine Rüstung. Okay. Ja. So, ähm... Ich mach mich mal los. Ja. Ey, meint die Charakter sehen ja echt Eigenradios. Mit überhaupt Geschwindigkeit geh ich. Der rennt ganz schön schnell, ne? Ja. Was drücke ich denn eigentlich auf W? Ich kann auch Upsilon drücken. Und so ganz gemütlich laufen. Schön dabei ein Rauchen. Oh ja. Ich hab's gleich geschafft, ey. Bin gleich beim Würfel. Der eine Stelle musste, äh, als Springer hochzukommen. Ich weiß. Das ist ein ganz steiles Rohr. Dann fliege ich auf Coruscant. Äh, bin ich ja schon hier. Wo bin ich denn schon wieder mit meinen Gedanken? So. Hab ihn. Ich muss doch zum Jedi-Tempel. Irgendwas ist da. Ja, müssen wir beide. Nimm's die andere Richtung. Ich nehm, äh... Ich fliege jetzt schon mal zum Jedi-Tempel. Okay. Das gibt's doch gar nicht, ey. Das ärgert mich alles. So ne Scheiße hier. Mein Taxi spinnt wieder rum. Wo fliegst du denn eigentlich hin? Fliegst du erst hoch? So, jetzt springen wir mal aufs Fass. Ja, ich bin schon gerade mit dem Taxi unterwegs. Okay. So, wo fliegt denn der jetzt hin? Jetzt bin ich beim Raumhafen. Lol. Ne. Der fliegt mich erst im Raumhafen und dann fliegt er mich wieder zurück. Okay. Auch so ne komische Einstellung. Naja. Haben die Fans was zu gucken. Wie ich da so schwebe. Ja, das ist echt noch ein Grafik-Bug, ey. Also wir, äh, gehen jetzt zum Jedi-Tempel. Richtig? Ja. Okay. Dann müssen wir irgendwas machen. Sonst ist es ja bei mir cool. Finde den Jedi-Aktin. Ja. Ich muss zum Tempel. Ja. Und abwärts. Hast du hier schon den Würfel? Ja, hab ich. Gut. Ich bin schon gerade noch unterwegs. Wenn es mal ein bisschen schneller hier geht. Der fliegt mich schon zwei Minuten hier rum, ey. Na endlich. Da kommt doch schon langsam was. So. Meld ich mich mal hier an. So, zum Jedi-Tempel. So, bin unterwegs. Bin Taxi. Okay. Hier ist auch noch ein Quest. Kannst du annehmen oder nicht, ne? Ne, noch nicht. Warte noch. Weil ich bin ja mit Taxi und X, warte noch. Bevor du irgendwas annimmst. Ich guck mal auf die Karte, wo du bleibst. Ach. Da erkennt man ja auch nichts. Aber hier erkennt man, wie schön die Karte so aufgebaut ist, ne? Naja. Das ist jetzt die ganze komplette Karte. Das ist mal gerade mal so ein kleiner Fingernageltreckpunkt irgendwo in dem Planeten. Und die ganzen Kreise, was das darstellen soll, sind Sennonade. Ist auch eine mächtige Stadt. Und diese kleinen, sehen da aus wie so Penisanlagen, sind so Haltestellen für irgendwas. Hier sieht man, wo noch schön die Raumschiffe hier, wenn ich mir da Lob rumzeige. Naja. Der Herr Kollege ist auch schon da, der Feier-Swart. Muss auch mal, ey. Ich hab schon wieder diesen Bug, ey, wo mein Partner bleibt. Ich hab schon wieder diesen Bug, ey. A lau. wer will wer bist du in der immer der Armee zwei doppelte grünen scheiß nicht schwer hat 1 20 Uhr gleich 4 stunden Aufnahme, ich bin über Limit jetzt danke Fremde ich hätte nicht gedacht dass noch jemand töricht genug ist sich hier rumzutreiben dumme Idee einem verfluchten Senator zu trauen ja ja komm ja mach du mal ich muss mal grad im Skype gucken der kann in die Zwischenzeit wechseln ey das Arsch ich hab glaub noch 15 Frames ihr stört die Toten viele Jedi haben hier ihr Leben gelassen ihre Besitztümer 3 das ist also Grabräuber ja Grabräuber Grabräuber der Zukunft Alter mach doch mal hin hier das ist ja unmöglich mit der scheiß Waderzeit immer eine Minute verschwindet okay ich kann nicht so erledigt warte mal da kam eben noch einer der sucht auch laden wir den mal ein der der so ich muss so wie geht's der sucht oder da geht's rein nee ja der sucht warte mal ich leite ihn mal ein ja ich kämpfe so schon Level 20 ey schon Level 20 ey schon Level 20 ey ja 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 so und da hinten ist es. Den hier. Sicher? Ja. Ich muss da rüber irgendwie. Siehste? Ja. Ich hab's auch gekriegt. Nee, hab ich nicht. Machste Gier, ne? Gier. Auf das. Mach ich nicht. So. 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 So wenig jetzt. Tja. Hä, müssen wir da rein? Ich muss. Dann muss ich woanders hin. Ja. Ja. Ich muss noch einen abschlacken. So. So. Wie bist du? Einer noch. Einer noch. So. 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 game over passe passen weil er er bekommt das was kein dings ich habe abgebrochen das ding jetzt gekriegt keine ahnung warte mal wo muss ich denn jetzt sind wie die noch mal den rafi wie wäre es wenn du mir mal hilfst hier so warte mal ich muss in den rechten fach rechten ja rechts da ist aber nichts das zeige ich mir nichts an doch rechts wenn wir jetzt rausgehen oben bei h4 oben bei h4 zeige ich dir was an hast du ihnen das Wageboden in den Quest jaja hier der wird angegriffen so hier muss ich rein das wird schwierig das umdruck raus hier raus 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 zu Schaffen wir ihn noch. Nee, schaffen wir ihn hinten ja. Das sind alles so voll gewesen ey. Ja. Der ist weg. Noch ein Kampf, noch ein Kampf, noch ein Kampf. Wir sind noch ein Kampfmodus. Ja. Dann schmeiß ich ihn raus jetzt. Oder? Wo ist der? Keine Ahnung wo ist. Meinst du, der kommt wieder? Warte mal erst. Hm. Ey, der H4 ist auch so hart schon. Welchen Level sind die eigentlich? 16 und die sind schon so hart. Das sind 18, 18 und 20 ey. Naja, ist auch egal. Hier, lad ihn ein. Welchen? Ich lad den mal ein. Den hier. Weil er 20 ist. Schurke. Ne, der hat schon ne Gruppe. Irgendwie. Ja. Okay. Mal, ich mach das jetzt mal anders. Ah, die gehen schnell runter. Hier hinter mir, hinter mir. Guck mal, wir müssen uns den konzentrieren, der ist schon angeschlagen. Ja. Ja. Meile Fasser hier, ey. Du brauchst so viel AP. Schießt recht gut. Oh, wo ist der Typ, ey? All right.